Mausebeile! Und jetzt schießen sie einen in die Halsparkkante, sehr sauber genommen, jawohl. Das ist ein flotter Bullischer, mein Lieber, der Florian Winkler. Mit der Gabriel, ja richtig, richtig. Die sind schon dort. Ich kriege den vom Max nachher. Jawohl, und der lässt der Konto raus und der kommt jetzt in die Zielgerade. Und durch mit einer Endzeit 1 Minute 52,83.